Hallo Sammelfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute mit der dritten und damit gleichzeitig meiner letzten Displaybox, der Chrome Magitex 2020 21 Trading Cards von TOPS. Und damit begrüße ich euch bei diesem neuen Collectors Video, in dem wir uns heute nochmal den Inhalt einer kompletten Displaybox dieser edlen Chrome Magitex Cards von TOPS zur Saison 2020 21 anschauen wollen. Ich habe ja lange mit mir gerungen, ob ich die Box überhaupt öffne oder ob ich sie aufhebe und beiseite lege, um sie dann vielleicht später zu verkaufen, denn inzwischen der Preis dieser Boxen auf gut das 3-4-fache im Vergleich zum ursprünglichen Preis von 55 Euro angestiegen. Aber dann habe ich mir gedacht, irgendwie ist es doch schöner, das Erlebnis des Boxöffnens nochmal mit euch zu teilen, anstatt die Box unberührt länger in den Schrank zu packen. Und daher werden wir heute gemeinsam nochmal in 18 weitere Booster mit je 4 Karten reinschauen und vielleicht treffen wir dabei eine niedrig nummerierte Parallel oder vielleicht sogar eine Karte mit Autogramm und dann hat sich das Öffnen auf jeden Fall gelohnt. Gehört natürlich aber auch jede Menge Glück dazu und daher bin ich auf eure gedrückten Daumen angewiesen. Von daher haut jetzt mal kräftig auf den Like-Button, wenn ihr das bisher noch nicht gemacht habt und dann schauen wir mal, ob am Ende euer Daumendrücken geholfen hat. So, zur Box selbst und den Boostern sowie Karten oder der Verteilung muss ich jetzt glaube ich gar nicht mehr groß was erzählen, denn das haben wir ausführlich bereits im ersten Video gemacht. Wer das verpasst hat, rechts oben in der Infobox ist es nochmal für euch verlinkt und mit dem könnt ihr euch dann umfassend auf den gleichen Stand bringen, wie alle, die die ersten beiden Videos bereits gesehen haben. So, wir schieben unsere Displaybox einfach mal oben an die Seite und beginnen dann mit unserem ersten Booster mit 4 Karten. Und finden darin zunächst die Base-Card von Antoine Griezmann von Barcelona. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir das am besten hinpacken. Fangen wir einfach mal hier an. Dann haben wir Chesny von Juventus Turin. Dann die Star-Player-Karte von Koke von Atletico. Und dann kommt unser erster Purple Parallel. Die ist nummeriert zu 299. Und das ist Jamie Vardy von Leicester City. Und das ist die 106 von 299 Karten, die es insgesamt von diesen Purple Parallels von ihm gibt. So, es geht direkt weiter mit Päckchen Nummer 2. Und Curtis Jones von Liverpool als Rising Star. Dann haben wir Sergio Aguero von Manchester City. Danach Koulibaly von Neapel. Und dann haben wir eine Refractor-Karte. Und das ist José vom Europa League-Teilnehmer Real Sociedad. So, nächster Booster. Beginnt mit der Super-Signing-Karte von Donny van de Beek von Manchester United. Danach haben wir unsere nächste Rising Star-Karte mit Rodrigo von Real Madrid. Dann Jude Bellingham als Super-Signing-Karte von Borussia Dortmund. Den nimmt man natürlich gerne mit. Und darunter kommt unsere erste blaue Parallel-Karte. Nummer jetzt zu 150. Und das ist Karim Benzema von Real Madrid. Hier hinten seht ihr es, die 107 von 150 Karten, die es von ihm in dieser blauen Variante gibt. So, wir machen uns ans nächste Päckchen. Und finden darin die Man-of-the-Match-Karte von Sadio Mane von Liverpool. Dann Pierre-Emerick Aubameyang von Arsenal. Sagnolo vom AS Rom. Und dann haben wir unsere erste Green Parallel. Und da müssen wir mal drehen. Es ist jemand aus der Europa League. Harry Kane von Tottenham. Und die grünen Parallel nummeriert zu 99. Also das ist ein richtig schöner Treffer. Die 49 von 99. So, ein kleines Stückchen aufrücken müssen wir mal. Dann kriegen wir da rechts oben am Rand auch noch eine hin. Und machen direkt weiter mit unserem nächsten Booster. Wir finden Kasper Schmeichel als Man-of-the-Match-Karte von Leicester. Dann haben wir Levoi Sunney, Base-Karte von dem Bayern. Dann kommt Marcel Sabitzer vom Liga-Konkurrenten RW Leipzig. Und dann haben wir eine Refractor Parallel aus der Europa League. Und das ist Raul Albiol von Villarreal. So, bei den Refractors bis jetzt noch nicht so erfolgreich. Da, die beiden spanischen Europa League-Teilnehmer. Schauen wir mal, was noch kommt. Zunächst die Starplayer-Karte von Antonio Rüdiger von Chelsea. Dann haben wir Erik Garcia von Manchester City. Dann alter Bekannter aus der Bundesliga, Paco Alcácer, inzwischen für Villarreal unterwegs. Und dann mal wieder eine Purple Parallel, nummeriert zu 299. Noch hier haben wir jemanden aus der Europa League getroffen. Und zwar Haris Seferovic von Benfica Lissabon. So, unser nächster Buster beginnt mit Dio Costa von Atletico. Dann haben wir Toni Janschke von Borussia Mönchengladbach. Danach Lissandro Martinez von Inter Mailand. Und da kommt unser nächster Blue Parallel. Und das ist wieder Europa League. Und diesmal haben wir Soldado von Granada. So, scheint so, als hätten wir eine Europa League-Box erwischt. Fast alle Parallels bisher aus der Europa League. Mal hoffen, dass sich das noch ein bisschen bessert. Weiter geht's zunächst mit der Rising Star-Karte von Rhys James von Chelsea. Dann haben wir die Klappio-Karte von Romagnoli vom AC Mailand. Ruben Diaz von Benfica Lissabon. Und dann wieder eine Purple Parallel. Und diesmal ist es Champions League. Und zwar Danilo vom FC Porto. Die also nummeriert zu 299. Bisher leider noch kein wirklicher Knaller dabei. Heavy Cane zu 99 ist sicher nicht ein richtig guter Treffer. Aber die absolute Top-Karte fehlt natürlich noch. Um dieses Unboxing zum Erfolg werden zu lassen. Schauen wir mal, was die nächsten Booster bieten. Mariga von Porto haben wir da. Dann kommt Ilicic von Atalanta Bergamo. Dann der nächste italienische Verein mit Inter Mailand und Milan. Es grün ja als Klappio-Karte. Und wir bleiben in Italien mit Atalanta Bergamo und der Klappio-Karte von Alejandro Gomez. So, der nächste Booster beginnt mit der Starplayer-Karte von Wilfried Ndidi von Leicester. Dann haben wir unsere erste Legenden-Karte mit Gianluca Viali von Juventus Turin. Dann Erling Haaland als Base-Karte. Und da drunter wieder eine Refractor. Und das ist diesmal Alex Tejic von Porto. So, also ohne den Spielern zu nahe treten zu wollen. Aber bisher haben wir bei den Parallels eher so die zweite Reihe erwischt. Die absoluten Top-Stars fehlen uns noch. Wir hoffen also weiter. Beginnen den nächsten Booster mit der Rising Star-Karte von Harvey Barnes von Leicester. Dann haben wir die Allrounder-Karte von Marco Ferrati von Paris Saint-Germain. Und Allrounder hatten wir bisher noch gar nicht. Von daher machen wir uns da oben mal ein bisschen Platz. Und jetzt dann die Base-Karte von Alphonso Davies von Bayern. Und dann haben wir, da hier keine Parallel kommt, unser erstes Base-Pack erwischt. Mit Perrin als Rising Star von Olympique Marseille zum Abschluss dieses Päckchens. So, nächste Booster beginnt mit der Super-Signing-Karte von Thiago von Liverpool. Dann haben wir Gonalon von Granada. Dann Gemma von Olympique Marseille. Okay, und dann haben wir eine Purple Parallel. Und das ist Axel Witze als Man of the Match von Borussia Dortmund. Nächste Booster beginnt mit Mo Salah als Star-Player von Liverpool. Dann haben wir als Nächsten Susu vom FC Sevilla. Dann Paolo von Lazio Rom. Und da drunter wartet unsere erste X-Fractor-Karte. So, und wir sind schon richtig rum. Und wie sollte es anderes sein? Wieder ein Europa League-Teilnehmer. Und diesmal ist es Harris Seferovic von Benfica de Sabon, den wir schon als Purple Parallel nummeriert zu 299 gezogen haben. So, der nächste Booster beginnt mit Lionel Messi als Base-Karte für Barcelona. Also bei den Base-Karten läuft es ganz gut, bei den Parallels leider bisher noch nicht so. Dann haben wir die Klappio-Karte von Sergio Ramos von Real Madrid. So, wo waren unsere Klappios? Hier links unten. Dann Danilo von Porto und die nächste X-Fractor-Karte. Und auch hier haben wir zum zweiten Mal Axel Witze als Man of the Match von Borussia Dortmund. Nächste Booster beginnt wieder mit Barcelona und diesmal ist es Sergio Busquets. Danach haben wir Karim Benzema als Starplayer von Real Madrid. Dann die Rising-Star-Karte von Renan Lodi von Atletico. Und darunter finden wir die Refractor-Karte von Marco Ferrati als Allrounder von Paris Saint-Germain. So, der nächste Booster beginnt mit Kovacic als Man of the Match von Chelsea. Dann haben wir Jose von Real Sociedad, diesmal als normale Base-Karte. Gareth Bale als Super-Signing von Tottenham. Und wieder eine Refractor-Karte und diesmal ist es Bruno Fernandes als Man of the Match von Manchester United. So, die müssen wir jetzt mal irgendwo drüber packen. Und wir kommen zu unseren letzten beiden Boostern. Also so langsam wird es dann Zeit für den absoluten Knaller in diesem Unboxing. Zunächst haben wir aber die Club-View-Karte von Thomas Müller von den Bayern. Dann die Rising-Star-Karte von Tyler Adams von Leipzig. Die Allrounder-Karte von Fabian Ruiz von Neapel. So, und darunter eine Green Parallel nummeriert zu 99. Und das ist Curtis Jones von Liverpool als Rising-Star. Und das ist die 41 von 99. So, allerletzte Booster in diesem Unboxing und von den Magitex Chrome-Karts. Und in dem finden wir die Rising-Star-Karte von Mason Greenwood von Manchester United. Dann haben wir die Club-View-Karte von Marquinhos von Paris Saint-Germain. Jadon Sancho als Base-Karte von Borussia Dortmund. Und zum Abschluss nochmal eine Purple Parallel. Und wie sollte es bei dieser Box anders sein aus der Europa League? Und es ist Pizzi von Benfica Lissabon. Ja, und damit sind wir am Ende der dritten Box dieser Chrome-Magitex-Karts von Topps angekommen. In Bezug auf die Parallels, die wir gezogen haben, leider kein wirklicher Treffer dabei. Auch keine niedrig nummerierte Parallel-Karte. Die niedrigsten, die wir hier sehen, jeweils zu 99. Also unter dem Strich hätte man diese Box wahrscheinlich besser zugelassen und sie teuer verkauft. Aber sowas weiß man natürlich immer erst nach dem Auspacken. Einziger Vorteil, es waren einige Base-Karts dabei, die ich noch nicht habe. So wie zum Beispiel Mason Greenwood oder Jude Bellingham, die man sich sonst etwas teurer hätte kaufen müssen. Also von daher gehe ich so ein bisschen mit gemischten Gefühlen aus dem Unboxing dieser letzten Box hinaus. Und hoffe dann einfach mal auf interessantes Feedback von euch zu dieser Box unten in den Kommentaren. Euer Däumchen nach oben habt ihr ja hoffentlich am Anfang schon gesetzt. Wenn nicht, holt das doch jetzt schnell nochmal nach. Und alle von euch, die ja noch nicht regelmäßig dabei sind, künftig aber keine Videos zu Stickern und 2D-Karts verpassen wollen, sichern sich am besten jetzt schnell noch eins der kostenlosen Kanalabos, um dann auch beim nächsten Video direkt wieder am Start zu sein. Zudem sehen wir uns dann wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.